Ich erinnere mich wieder und habe noch die Verweigerung mit 290,36 Sekunden die Zeit. Diese wird ohne Entbeutung. Wir sehen uns in den Verein, Alissa Kulke mit der 451 Senduine G, 5-jährige Holzschneiderstunde von Lenz dazu, mal hier sieben zu. Alissa, auch Züchterin und Besitzerin, ihre Stunde. Was ist mit den Schlachtschäden dieser? Diese Ecke hat eine Bindelocke an. Halsschneiderstunde, herbeent Jim's, eine Leitung und Geteufung. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank.